Das Hotel Lastra Viage liegt in Sforonata in Kefalonia. Das Hotel Lastra Viage ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 33 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Saubere, geräumige Zimmer mit guter Ausstattung. Die Gäste sind rundum zufrieden mit den Zimmern des Hotels und vergeben eine Top-Bewertung von 5,8 von 6 Sonnen. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,7 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,4 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Die Sport- und Unterhaltungsangebote werden als sehr gut von den Gästen bewertet. Sie vergeben 5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.